und herzlich willkommen zurück heute ist der patrick wieder mit dabei und die vier boxen sind wieder da die fünf tschuldigung siehst du ich verspreche mich immer okay die fünf boxen sind wieder da und da gibt es nämlich die bala ifrits und die sturm ifrits und es gibt jetzt auch als ifrits mit minus 90 patrick hat schon einen bekommen auf dem kopf ja und ach so hast schon so bekommen also ja nein beide und mythos ifrits gibt es ne und sonst gibt es keine ifrits für tod gibt es hier spricht der professor du erinnerst dich an unsere abenteuer quer durch die zeit läufte du musst mich umgehend in aber dann auf sich nach aber noch mehr ich gehe jetzt aber zafari weiß ich sicher dass man das bekommt in aber dann bekommt sie die energie für sie ach das gibt auch der professor will hier nicht mit mir sprechen weil ich das schon mal getan haben wo ist denn das baubad markt du bist doch schon da ich bin unsichtbar also da stand ich in deinem du die olle da unten ihr habt ganz neue schöne rezepte ach da gab es nicht reiztiere aber für einst du hast nämlich noch so eine fehler ja so eine zutat gucken total schön party tese wie es haben ein bäum bäum klick auf das häuschen daneben besessen des gratis und grabener schiebt so ein blauer geist bau ist total hier gibt es auch so schöne deko sachen klick mal auf draußen und guck dir das erste an nach draußen dann das besessene grab wenn du glück hast kommt dann blauer geist total kund er verschwindet nach einer zeit wieder ja kopf hat sie gekauft ja guck mal hier gibt es auch noch so eine kann zwar so ein passender zahlner kaufen zahn zauber 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 Ja, schön. Boah, dafür braucht man auch ne Schallfeder. Aber die kann man ja hier auch bekommen. Schau. Ich find diesen... Da war die Sessel cool. Den Club-Sessel. Boah, schau dir das Bücherregal an. Ja, was wird gut denn? Ich hab kein Gold. Kann da was reinstellen? Nee, ne? Schade. Alles sieht cool aus. Ist da noch so ein Regal? Ich brauch Regal, wo ich was reinstellen kann. Da ist noch eins. Wo? Studientisch mit Bücherregal. Oh, der ist auch cool. Ich glaub, da kann man oben links was reinstellen. Wo? Ganz, das letzte. Bei Möbeln. Oh, der... Oh, der schaut... Oh. Kaufen. Kupfer braucht man auch dafür. Schlichter quadratischer Holztisch. Das ist immerhin nicht schön. Okay, komm, Patrick. Wir gehen uns jetzt prügeln. Juhu. Hab ich genug Goldkartenplatz? Äh, ja. Spannende Musik. Spannende Musik. Rumpferruck. Sturm. Der heißt Rumpferruck. Äh, ja. Ich hab jetzt keinen Kolossal. Boah, ich find die Musik ja wieder so cool. Passt den Ton an? Ja. Nicht meins. So dramatisch. So piratenmäßig. Wir sind auf einem Schiff. In einer Box. Stimmt auch wieder. Höhö. Der hat mir den vorhin auf den Kopf gehauen. Der? Der Meuchler, ja. Oh, aber... Meinst du, es gibt dann auch die Goldkarte dafür? Lass es uns herausfinden. Okay. Oh, das trifft sich mein Freund dann. Ich bin so froh, dass der Mythos Ifrit kein Minus 90 gibt, ne? Mythos da? Wer... Wer schon wächelt denn da? Oh, ich sag lieber nichts, dass ich selber nichts mach. Ja, was will ich jetzt mal sehen? Ach, du hast aber schon Prisma drauf, ne? Ja. Goldkartenprisma. Ha. Schön hast du alles gemacht. Ich weiß. Ui. Oh, ne, doch. Jetzt rüchte ich aber. Ich, ach, Frostrüstung hab ich bekommen. Goldkarte. Ich feuerige Feenflügel dauerhaft. Wie? Ja. Ein Reittier? Ja. Boah, das ist immer Glück. Ich geh mal einsaufen. Oh, oh. Ah. Ich hab's geschafft. Nicht geschafft. Ich hab's geschafft. Danach kommt doch der... Balaner Gegner. Genau, da hab ich immer die Ifritzer gehabt. Ja, Balaner. Und danach geh ich froh. Ist das Gehen oder Gegner gesagt? Weiß ich nicht, sag ich dir nicht. Gegner. Guck mal, ich kann. Einhornweg. Ressi. Boah, ich werd nur noch gemobbt davon, ne? Elias, äh, schreib das schon die ganze Zeit. Gestern schrieb er wieder, die Gegner haben Einhornweg. Haben nicht viel Ressi. Ach, was ist das? Hello, it's me. I was wondering. Soll ich das mal dran machen? Aber nicht, dass ich das nachher nicht hochladen kann, weil die mir das wieder sperren. Die Gegner ist dein Gegner. Ja. Wow, Messing. Boah, ich krieg nur so Schrott. Da, der gibt mir jetzt, Ifrit. Und wenn nicht, gibt er dir den und du gibst mir den. Aha. Machen wir das. Aha. Das machen wir. Okay. Schön, dass ich da auch noch mitreden darf. Ja. Und du bekommst meine Sturm, Ifrit. Ja, sicher. Ja. 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 Kitschig. Ja, macht jetzt bestimmt Nova. Nee. Nee. Ein Orkan reicht nicht, ne? Mhm. Glaub ich nicht. Gubbelpips. Oh. Der hat einen Mond am Po. Glücksschweinchen. Ich schritt auf Bell. Ich schritt auf Bell. Ich schritt auf Bell. Nein. Schade. Aufheben hättest du nicht drin gehabt, ne? Nö. Ist ja vor, der wäre auf mich. Dann hätte ich einen Stab machen müssen. Oh mein Gott. Wären ja alle... Oh. Guck mal, kriegst du noch einen. Oh. Die hab ich nötig, danke. Bitte. Und jetzt möchte ich da gleich Chirokogin lesen. Wenn ich stürm nicht krieg. Heißt doch so, oder? Ja. Rittisch. Das war Ballasch. Egal, ob es auch tut. Oha. Ja, hab ihn bekommen. Ja, da. Juhu. Und Stahl. Und ne Schatzzitrone. Und was hast du? Ne Schatzzitrone. Nur ne Schatzzitrone? Ja. Ermächtigend sperre der Elemente im Branche und die Jellywege. Und jetzt holen wir da in den Sturm, ihr Fried. Danke, danke, danke. Jetzt muss man immer mit dem Professor sprechen. Man kann ja nicht einfach neben uns herlaufen. Ach so, da war's. Ach ja, und ich wollte noch was sagen zu ein paar Kommentaren. Ähm, da fragen viele, ob ich denen helfen kann bei irgendwelchen Dungeons. Ähm, ich würde ja gerne, nur habe ich selber nicht wirklich viel Zeit. Aber, ähm, ja, sollte ich irgendwann mal Ferien haben oder Urlaub, dann kann ich gerne mal helfen. Aber nicht sauer sein, wenn ich darauf nicht antworte, weil ich schaffe das wirklich im Moment nicht. So. Antwortmöglichkeit A. Belle hat keinen Bock. Gar nicht! Die hat einfach keine Zeit. Oh Patrick, komm, ich bin so welten on, ne? Ja, ja. Ich komme schon selber nicht mehr zum Spielen. Die Welt ist klein. Oh, die werden mit, ich schwör, die werden mit kritisch weg. Aber ich könnte ja mal so'n Treffen machen. Oder? Was kriegst du denn das nicht? Weiß ich nicht. Dass es ihre Chaote spürt. Meinst du? Die machen ja viele so Treffen. Sie sind die Weltreft-Kartverlose. Einer macht sonntags immer so'n Treffen, dann treffen die sich immer alle. Einer der Bename, den ich nennen möchte. Doch, der Games-Jodler macht Sonntags-Treffen. Süß, oder? Ja, wenn du's jeden Sonntag schaffst. Wer soll... Oha! Nix bekommen. Äh, doch. Mana. Oh Gott, Mana. Das brauch ich ja so dringend. Haha. Ich fünf Durchschlag auf Leben. Echt? Ja. Boah. Wie viel? Fünf, wie gesagt. So. Tada, tada, tada. Stopp. Bei Karten drücken wir uns nach oben. Die geh ich nach. Mit Schildern. Die geh ich nach. Ich hab'n Schattenpip. Geh. Wenn ich nicht für so'n die Würmchen hoch kann, kann ich Würmchen spielen. Okay. Ich will jetzt aber wissen, ob's jetzt für Eis die Fritz gibt. Hallo. It's me. Ah, was von... Du musst aufhören mit dem It's me, da weiß ich nicht weiter. Haha. Die sagt das aber direkt danach. Ja, ich meine auch das andere Hello. From the other side. Genau. Und wie geht's da weiter? Weiß ich nicht. I must have called you thousand times. Genau. So. Hm. Du kriegst noch ne Klinge. Ich hab'n Dinges hoch gekriegt. Ich schaue ich noch 4 Karten. Wenn der jetzt nicht kommt bin ich sauer. Dann sollen wir dich ein bisschen angreifen. Ey! Hey! Alter, Gegner! Ding! Gegner. 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 Bab. Gegner. Wenn ich Mama sagen würde, sag mal das Wort, dann würde sie auch Gegner sagen. Sag mal das Wort. Ja, wenn ich ihr das aufschreiben würde. Ja, du würdest es doch bestimmt auch Gegner schreiben. Gar nicht! Na klar! Nein! Beweis es! Ja, jetzt natürlich! Okay, kannst du? Täuschen, gümmer. Würdest du dich so schreiben? Nein, so würde ich das nicht schreien. Patrick, kannst du? Hör auf mich zu moden. Was kann ich? Ich werde mir bald auch was suchen. Dann gehst du aber zurück. Dann bist du mein Gegner. Ja. Boah, du denkst doch echt, ich hab's nötig, ne? Was? Was täuschen. Ey, was soll ich sonst machen, hm? Deko? Das ist doch Deko. Du bist Deko. Ja, ich bin Deko. Hübsche Deko, siehst du? Mit einer schönen Mode. Mit einer schönen Mode. Widersprech, Erwin. Tschüss. Komm, Ifrit. Ob ich dir den gebe, muss ich mir nur überlegen. Tja, dann überlege ich mir, dass du mir den geil zu kürzen nochmal. Du hast überleg gesagt. Oha. Da, haben wir's jetzt. Oh, ich hab ganz schön viel bekommen. Ein Tiefseemusikspieler ist der, den man herstellen kann. Aber kein Ifrit. Und ein 300er Krono. Ah, angucken, 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 angucken. Ich hab ne Rohre, warte mal. Warte, 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 warte. Äh. Ih, die ist nicht schön. Okay, ich hab nicht so schöne Sachen bekommen. Oh, weil der ist fett. Was? Das Teil. Was für ein Teil? Ich, 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 ich. Ich schick. Was ist übertragen, Opal? Äh, ich glaub, Detonation oder Schiebung. Detonation oder Schiebung irgendwo. Äh, ne, das ist Schweinchen wert. Und gibt? Ne, gar nicht. 10 Moral... Ach, das ist, ähm... Derby. Ja. Was hast du mir da geschickt? Was ist das? Der Musikspieler, den du herstellen kannst. Aber schade, jetzt können wir den dir nicht so zeigen. Der ist total fett. Oder du stellst ihn bei dir zuhause ab, dann zeig ich das nochmal schnell, was du bekommen hast. Komm, so machen wir das. Geht schon weg. Ah, dann sehen die wie Psycho. Was denn? Ja, deine Psycho-Schlafstube. Oh, der ist ja... Oha! Leute, das ist immer eine Kerze für einen PvP-Kampf, den Patrick umgebracht hat. Den Gegner. Guck mal. So krank ist der. So krank ist der. Schau. Mit Grab. Lenk mich ab. Auf dem Bild bist wahrscheinlich du. Und was ist das? Deine Perle? Ja. Guck mal, die ist auch tot. Die hat auch ein Grab. Sel! Ja. Ah, da ist der. Ah, der ist schön. Der passt nur hier nicht rein. Ach. Guck mal, da ist nochmal deine Freundin. Du hast die sehr geliebt. In dem Vogelkäfig spreche ich dich ein. Puh, 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 hier rein mit dir zu. Da? Da, ja. Geh rein. Puh! Du kriegst aber nichts zu essen. Patricks Schatzkammer. Okay. Dann verabschiede ich mich jetzt hier. Der Patrick natürlich auch. Äh, ja. Der ganz lieb. Tschüss, Patrick. Tschüss, Patrick. Tschüss, Patrick. Tschüss, äh, liebe Freunde.